Deutsch lernen oder Urlaub machen? In der Sprachpension lernen Sie in familiärer Atmosphäre oder genießen Sie einen erholsamen Urlaub. Unsere kleine Sprachschule im schönen Kaiserstuhl bietet Gästen aus aller Welt hochwertiges, intensives Sprachtraining mit Unterkunft. In unserer Bed & Breakfast Pension erwarten Sie freundliche Zimmer und eine gemütliche Ferienwohnung mit persönlichem Flair. Individuelle Deutschkurse, Kommunikationstraining für den Job, Kreativprogramm, gemeinsame Mahlzeiten und Ausflüge bei uns sind Leben und Lernen eins. Erleben Sie ein paar sonnige Tage und eine kostenlose Schnupperstunde bei uns. Wir freuen uns auf Sie!